Torsten, Spielepyramide. Mein Tipp für dieses Jahr Weihnachten ist ganz klar Azul. Azul, ein Legespiel mit wunderschönem Material. Wir haben Fliesen, die wir in einem bestimmten Muster legen müssen. Dafür kriegen wir Punkte. Diese Fliesen bekommen wir über eine bestimmte Draft-Mechanik. Wir haben eine zufällige Sortierung in der Mitte liegen und dürfen, wenn wir dran sind, einen Bereich leer machen. Nicht leer machen, wir dürfen davon eine Sorte Fliesen nehmen. Und zwar alle Fliesen dieser Sorte. Alle anderen Fliesen, die da drauf sind, wandern in die Tischmitte. Die Tischmitte wird dazu zu einem neuen Bereich, wo ich greifen darf. Und dadurch muss ich immer abschätzen, ich nehme etwas, gibt meinem Mitspieler aber die Möglichkeit, das andere zu nehmen, was ich überlasse. Großartiges Spiel, tolles Material, sieht super aus. Ich finde es großartig. Richtig schönes Spiel. Für mich der Tipp, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber es ist für mich der Favorit auf das Spiel des Jahres nächstes. Alles klar. Danke. Ciao. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020